Hey Leute, was geht ab? Heute spreche ich über die drei besten 800 Watt Balkonkraftwerke, die ihr im Jahr 2024 kaufen könnt. Wenn ihr darüber nachdenkt, Solarstrom zu nutzen, aber von den ganzen Optionen überfordert seid, seid ihr hier genau richtig. In diesem Video erkläre ich euch alles, was ihr über Balkonkraftwerke wissen müsst, von den verschiedenen Modellen bis hin zu den Vor- und Nachteilen. Die Top 3 Balkonkraftwerke, erste Solar bei 840 W Balkonkraftwerk 800 W Komplettsteckdose, dieses Kraftwerk ist ideal für Haushalte mit hohem Stromverbrauch. Es verfügt über zwei 420 Watt bifaziale Glas-Glas-Enthalpia-Solarmodule, die für eine hohe Stromerzeugung sorgen. Der Wechselrichter hat eine Ausgangsleistung von 600, 800 Watt und kann über die kostenlose Solarmanet eingestellt werden. Zweiter ABL Solar Balkonkraftwerk 800 W 600 W Komplettsteckdose, dieses Kraftwerk ist eine großartige Option für alle, die Geld sparen möchten. Es enthält alles, was ihr benötigt, um sofort loszulegen, einschließlich zwei 415 Watt Solarmodule und einem Homilis-Wechselrichter. Außerdem ist es einfach zu installieren und zu bedienen. Dritter IVO registriertes Warenzeichen Balkonkraftwerk 880 W 800 W Komplettsteckdose, Dieses Kraftwerk ist eine gute Wahl für alle, die ein leistungsstarkes und zuverlässiges Kraftwerk suchen. Es verfügt über zwei 440 Watt Solarmodule und einen Dail-Wechselrichter, der auf 800 Watt aufgerüstet werden kann. Außerdem verfügt es über eine Echtzeitüberwachung über die Solarmann-App. Fazit Egal, für welches Balkonkraftwerk ihr euch entscheidet, ihr werdet auf jeden Fall Geld bei eurer Stromrechnung sparen und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun. Denkt daran, dass die Preise und die Verfügbarkeit sich ändern können, also schaut am besten auf den Websites der Hersteller nach den aktuellsten Informationen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen.